Hei Leute schön dass ihr wieder mit dabei seid zum fünften Part von Auto Survive mit eurem Blue Gecko und ich werde schon wieder angegriffen fast da 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 komm ich durch den Drecksack trau dich gerade wolltest du ankommen Boah Penner Scheißangst vor Taschenlampen Ops das ging fast daneben das ging daneben und gut guck guck ha ha voll verarscht ich mach mir erstmal Feuchen an sehe ich irgendwas und lade ihn lieber nochmal nach ja schon Zombie Hust Hust oh du bist es äh ich hatte dich eigentlich schon für tot gehalten Boah warum denken eigentlich bin tot hast du äh Raymond gefunden ähm ja es ist hier so verdammt kalt und ich hab solchen Hunger Hust ich würd dich essen wenn ich dich in die Fingern kriege oh I could eat you I could grab you relax was gibt's Neues außer das du mich retten kommst hast du mir was zu essen gebracht Boah Sack Dreck äh Dreck hm du willst ihm was er für das Boot Tür ist meine Lebensversicherung keine Chance hm du bist sowieso tot sowieso tot einfach du kannst ihn haben das Boot ist sowieso ein Frack boah ich will was essen aber keine Wurzeln aber keine Wurzeln scheiß ich brauche Fleisch ha 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 verstehst du ja verstehe mich stand ich will frisches Fleisch und zwar schnell du hast es da warum kann ich den Vogel nicht anwiesen gerade so das ist halt so völlig ach ne kann ich schon wieder nicht mitnehmen und cool warum bin ich jetzt schon wieder voll das ist uncool bin ich irgendwie permanent am alles rum machen rumwuscheln und ja kommt trotzdem nicht auf die Reihe äh Hunger geht ja einigermaßen dann was weniger zum Essen geeignet aber wie Pflanz kombinieren interessiert mich gerade nicht ich schmeiß das mal weg so zack wäre das wichtiger das sowieso denn kann ich nämlich glaube ich immer wieder Pfeile haben wir nicht mehr genug dann mache ich mal das zusammenfügen mit ihm da und dann können wir wieder mal drei große Pfeile machen Dankeschön so schon wieder haben wir wieder einen Punkt frei hinten höchst, lass ich liegen und dann oh dann komme ich da irgendwo auch zu dem Verzock naja hm komisch grob verlassene Blutsprung äh hinterlassene Blutsprung nicht verlassen ich weiß was ist denn jetzt äh Durst noch was zu trinken oder nein danke sehr ja da danke Toll da komme ich aber auch nicht hin hm Do F wo komme ich da mit dem Hammerding durch probiere ich es einfach mal aus ähm nicht genug Platz hätte das ist das scheiße das ist echt mies irgendwie äh Tierhaut ne kann man das mal fallen lassen dann sehen oh die drei Pfeile lass ich fallen gar ne Idee verlassen so Gott wie soll das jetzt in kombinieren mit dem Ding da und das dann kombinieren mit dem Finger dann auf den Nahkampf umschalten und hier ne schade oh jetzt ist er schon wieder müde na auf und cool na gucken wie müde ist er denn ach geht ja alles noch sagt ziemlich früh Bescheid zum Glück wo haben wir denn eine Heierstätte da oben dann gehen wir da doch mal hin dann gehen wir da doch mal hin dann gehen wir da doch mal hin oh hat er boh gemacht äh guck ich gleich mal da hinten nochmal nach ob da irgendwo was ist hier sind doch immer die Tiere irgendwie so ein bisschen rumgerannt noch ein Holzstock toll ah da war ein Josh scheiße leider zu spät gesehen da oben ist er noch und cool ganz und cool weil die Dreckschweine haben mich von meinem Hirsch abgehalten vielleicht auch mal dass ich die noch irgendwo finde wenn nicht wäre es echt uncool richtig uncool und der ist tot der auch tot kann ich meinen Hoya oh fucken Verzack da war erstmal wichtiger dass der da hinten weg ist weil der mir zu nahe kommt dann ist auch was so ziemlich so was dass die Pflanze interessiert kein Schwein ich glaube ich muss echt erstmal ah bingo auffüllen so perfekt ich muss echt erstmal hier pennen gehen schließen wir erstmal schließen wir erstmal schnubbeln erstmal eine runde gut schnubbeln das Tier aufzustippern ja toll ich sehe bloß keine Blutspur mehr scheißdreck so dass sie gerade noch mal stoppt Blutspur sieht man echt schlecht das gibt es doch nicht schnubbeln so ich höre ich hier auch was so ich sehe aus dem schnubbeln nicht die schnubbeln hier hier ist die wo bist du Ich muss doch hier irgendwo hocken. Oh, oh, Fett Sack. Oh. Okay, die aufgepimpten Pfeile lohnen sich echt. Da ist der Hirsch. Oh, fuck, jetzt ran die schon wieder weg. Das gibt's nicht. Wieder ein Pfeil verschossen. Jetzt gehen mir die Zombies schon wieder aus dem Sack. Oh, Menno. So, Blutspur, da ist ein Blutfleck, da ist ein bisschen was, da. Ja, okay, so ein Zehner, Tröpfchen sieht man hier, wenn man ganz genau hinguckt. Ich guck, wo ist die jetzt nach dahin? Ah, wirst du? Ja, sauber. Meine Güte. Das ist ja richtig wie eine Jagd hier, die man mal so einen Hirsch erlegt hat. Oh, cool. Okay. Jetzt die Anspendung geht so ein bisschen raus. So, Hirschi, Hirschi. Scheiße. Wofall. Fett Sack. Okay, so, jetzt haben wir den Sack. Da ist ein Scheißfleisch. Wir gehen jetzt auch weiter. Reck, Dreckzau. Genau. Ah, hier, hier kommen wir immer mehr, Leute. Das ist uncool. Aber sowas, die Fetten, die gehen mir auf den Sack. Das heißt, die können auch Tiere schnell rennen. Ist auch uncool. So. Ah, Gott. Und er hat Hunger auf frisches Fleisch. Das fehlt mir eigentlich. Oh, das ging jetzt flott. Ähm, vielleicht war es der, den ich vorhin verwundet habe, auch möglich. So. Da ist ein frisches Fleisch. Und zum Teufel ist mein Essen. Na, danke. Geschäft ist Geschäft. Hust, hust. Nimm deinen verdammten Anlass an. Lass mich in Frieden. Hust. Hey. Sei vor, ich habe aus dem... Lauten Schrei gehört. Oh Gott. Okay. Und cool. Ja, hallo. Lass es bei dir. Der Borde des Feuerschaftsplatz für deine Belohnung. Na toll. Ähm. Das Ding könnte eigentlich weg. Ähm. Kann auch irgendwas weg. Weniger zum Essen. Boah. Ich will so viele Sachen, die weniger zum Essen sind. Das ist so doof. Ähm. Ey, frisch Fleisch. Frisch Fleisch, genau. Vielleicht. Ähm, kochen wir das mal schnell, dann haben wir einen Platz frei. Zack. Perfekt. Du hast es. So. Jetzt bin ich jetzt doch. Oh nein. Ach, das ist doch wohl Verarsche. Scheiße. Okay, das ist kacke. Jetzt muss ich nochmal jagen gehen, weil ich aus Versehen... Weil ich hab gedacht, er hätte sein, sein, sein... Sein Dusselies vielleicht schon bekommen. Aber hat er anscheinend nicht bekommen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal los und... Wollte extra Platz schaffen. Hab darum beide Fleisch... Äh, Dinge... Durchgebraten. Und eins davon hätte er aber noch bekommen müssen. Wurde wieder zurückgegeben, weil... Kein Platz für die Belohnung war. Super. Dumme Kacke. Äh. Okay, so, jetzt nochmal Hirschi, Hirschi, Hirschi. Meine Frist ist doof. Oh, Menno. Ja, ich weiß, hör mal schon, da lassen eine Blutspur. Ja, ich weiß, hör mal schon auf, so weit. Ich glaub nicht, oder? Egal. Versuch, kann man's ja. Dankeschön. Schlaf schön. Hihi. Ich glaub, nachts kommt keine Hirschi raus, oder? Was da wieder mal pläht. Ich smog ihn nicht, geh. Äh. Oh Gott. Schon mehr so viel zu hoffen, hab an hier. Essen. Essen. Nochmal essen. Warte. Was haben wir... Ach nee, da unten, bring mal. Nochmal essen. So, dann geht's uns wieder ganz gut. Jetzt kann ich ja auch nicht pennen, oder? Weil er nicht müde ist. Ich bin nicht müde. Boah. Muss ich echt warten, bis es wieder dunkel ist. Klasse. Oder bis es wieder hell ist, so. Ja. Oh, eine Lagermöglichkeit wäre hier wirklich gut. Sehr von Vorteil. Haha. No. Aber wie soll man dann irgendwie größere Waffen produzieren, wenn man hier nichts lagern kann? Muss ja eigentlich noch kommen. Oh. Ein alter Pfeil von mir. Oh Gott. Mhm. Was? Voller Blutspur. Ja, es gibt doch kein. Will er nicht hier so ein bisschen Fleisch haben? Schmeckt doch bestimmt auch gut. Ich seh mir, das ist vor allem die Nachtstalker, ne? Der merkt das doch gar nicht mehr. Was hab ich denn gerade rumgehört? Hast du das? Drecksack. Oder du. Nein, 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 nein. Uncool. Uncool. Oh je, das wimmelt hier in der Nacht aber auch von den Mistviechern. Ist echt nicht mal normal. Ah, ich geh in der Fall jetzt hin. Shit. ich finde wir noch um als vierzeichen mäßiges am strand ich zwar nicht aber die hoffnung stirbt zuletzt das ist nicht in der nacht machen ist das nicht so schlacht mal schön wenn es einmal hier ein bisschen erfahrung ich muss jetzt noch töten Da hat man einen Pfeil. So ist es dann. Verbrat hier wieder die Pfeile. Das ist echt nicht pfeilig. Äh, was? So auf hier. Öl dir auch gleich ein. Ach nie, irgendwie ist das hier gerade träge. Ganz schön träge. Was war das denn? Ach, ein Papagei. Sprechen. Hihi, hi, hi, hi. Hi. Okay. Coco findet großen Schatz. Hier, willst du Schatz von Coco? Brr, kia. Okay. Großer Beutel. Damit holt Coco großen Schatz. Großer Beutel aus Tierhaut. Okay. Finde eine Tierhaut und fertige einen Beutel für Coco an. Coco Chanel, oder wie? Okay. Wie fertige ich jetzt bitte sehr zusammenfügen mit Dimi vielleicht? Oh, ein Wettar voll. Ach, leck mich doch. Erstmal das mal so. Zusammenfügen mit Garn vielleicht. Ah, richtig. Sauber, cool. Oh, großer Beutel. Schön. Schatz für Überlebenden. Und hier. Aha. Börtelröhr. Äh, roh. Börtelröhr. Oh, Börtelröhr. Hi, hi. Is tight? You are so tight, baby. Okay, wechseln. Wollen wir uns hier mal durch, komm mal hier. Okay, waren wir auch noch nicht. Oh, cool. Oh, ganz. Du auch, hallo. Kann ich den nicht schlachten? Oh, oh, cool. Okay. Gesundheit. Irgendjemand hat er gerade gemacht. Ach, das ist doch doof. Müsste ich nicht bald irgendwann mal ein neues Level erreichen? Mission ist jetzt gerade Fleisch für Andrew. Okay. Oh, ich habe ja noch einen. Was ist das? Äh, weniger Schlaf nötig, weniger Durst nötig. Und dann ist... Du kannst trotz weniger Gesundheit weiterhin rennen. Oh, cool. Aber erstmal nimm mal weniger Schlaf. Das ist ganz gut, wenn man nicht so viele Anforderungen hat. Na. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen rumzulaufen und sowas. Große Gabel. Inventar voll. Leck mich. Hm. Wenn man da was schön ist. Ledergurt. Äh, okay. Whatever. Ähm, hm, hm. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich irgendwas loswerde. Essen. Essen. Danke. So, egal. Große Gabel. Was ist denn die Großgabel jetzt? Ein kaputtes Stück einer Mistgabel. Als solches nutzlos. Toll. Kann ich gar nichts mehr machen. Och, leck mich doch. Und cool. Aber schön, dass ich sowas jedenfalls finde. Nö, nö, nö. Nö. Und kein Fleisch. Nirgendwo ein Tier. Scheiße. Außerdem Papagei. Hm, Papagei. Ist bestimmt auch cool. Schmeckt bestimmt wie Hühnchen oder so. Ich drehe ihm einfach einen Papageien an. Was? Hat er jetzt nicht gehört? Nein. Also du, so der Falscher. So, dann beeile ich mich mal da wieder hochzukommen. Gott, bin ich voll gesaut mit Blut hier. Oh cool. So, machen wir vorhin noch ein paar Pfeiler. Ich habe ja wieder keine Federn. Och mein. Oh cool. Die, 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 die. Hat er vielleicht irgendwo ein Tierraum? Nö. Okay, wenn dann hätte ich es jetzt wieso verscheucht. Ich meine, ich renne. Hm, ich suche ein neues Tier. Okay, gleich hoch. Ist nicht zu laut, nicht zu schnell. Ich habe ja auch nicht zu laut, nicht zu schnell, die Mistviecher. Warte mal auf. Doch jetzt, der wäre schon wieder hilfreich, aber auch nicht. Oh Leute, ihr seid uncool, echt. Fittsachs, über. Och komm her. Vogel bringt nichts, der fabriziert kein Fleisch. Die alte ist sowieso verseucht, die kann man auch nicht fressen. Meine Fettbacke, kann man auch nicht essen. Gute Nacht. So. Guck ich da auf, weil ich... Nö. So. Pen. Drecksach. Meine Fresse. Schön den ganzen Part versaut. Muss, weil ich dachte, der hätte den Scheiß schon abgegeben, hat er aber nicht. Also siehste, kann ich mal ein bisschen Pistol benutzen. Ich kriege mal ein bisschen was von der Scheiß-Munition los. Oh. Oh, geht ein bisschen schneller. Na toll. Ich werde ein bisschen was von der Munition los und kriegst sie gleich wieder. Toll. Super. Geh, schlafen. Schlafen. Da. Schon wieder willkommen. Irgendwo muss doch hier mal noch ein Viech rumrennen, das ist doch nicht immer normal. Hier ist gleich schon wieder zu Ende. So, hier kommt eine Schmerz. Oh. Oh, die ist halt uncool. Einfach, hätte ich das gewusst, dass... Ich kriege damit auch nicht durch. Hätte ich das gewusst, dass der, wenn es irgendwie nicht reinpasst, die Belohnung, dass er dann auch die Abgabe wieder zurückzieht. Das ist mies, das ist mies, das ist mies. Ich hätte mir bloß dran denken müssen, dass ich nur zwei Stück Fleisch eingesammelt habe. Ja, da rechnet man noch aber nicht mit. Da hinten komme ich auch nicht weiter, da komme ich auch nicht weiter, da hinten ist noch irgendwie ein Lager. Und ich brauche noch ein Tier. Ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt erstmal Pause, suchen wir ein Tier. Da müsste er nicht mehr die ganze Zeit hier mit rumschleppen. Und, ja, da hinten sind Tiere, da komme ich aber nicht hin. Das ist doof. Oh, da komme ich da irgendwie hin. Nö, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, letzter Versuch jetzt. So. Was ist hier so? Hab, hab, daumen. Okay. Warte, warte, warte. Na, scheiße. Okay, das war's schon. Oh, Moment, oh, okay. Nö, ich such jetzt erstmal ein Tierchen. Und seh euch dann, oder ihr seht mich dann im nächsten Part wieder, hoffe ich jedenfalls. Falls ihr jetzt nicht die Lust dran verloren habt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hab dann hoffentlich die nächste Mission schon mal soweit vorbereitet. So, und verabschiede mich. Bis dann. Tschüss, reingehauen!